Musik Bonn, eine kleine Stadt in Deutschland. Der Krieg ist vorbei. Lange schon. So scheint es. Wir sind wieder wir. Der junge Staat will Eindruck machen. Nach innen und nach außen. Von Bonn ziehen deutsche Diplomaten wieder in die Welt. Doch viele von ihnen tragen noch das Erbe der NS-Zeit. Und Bundeskanzler Adenauer hat den ersten Skandal. Musik Man kann doch ein auswärtiges Amt, meine Damen und Herren, nicht aufbauen, wenn man nicht wenigstens zunächst an den leitenden Stellen Leute hat, die etwas von der Geschichte von vorher her verstehen. Und ich meine, wir sollten jetzt mit der Naziriecherei mal Schluss machen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020